Dieser Kunde hat 92% an Traffic verloren. Swissbuhr ist ein führender Matratzenhersteller aus der Schweiz. Die Matratzen sind im absoluten Hochpreissegment, sodass Kunden sich vorher eher informieren, bevor sie sich für den Kauf entscheiden. Swissbuhr ist mit dem Shop-System zu Shopify gewechselt, doch der Relaunch ging komplett in die Hose. Der Traffic ist um 92% eingebrochen, alle wichtigen Rankings waren weg und die aufgebaute Blockstruktur wurde nicht übernommen und war hops. Wenn dir sowas nicht passieren soll, mach lieber hier mal das Plus weg. Nach dem gefehlten Relaunch kam Swissbuhr auf uns zu. Was haben wir gemacht? Wir haben den Relaunch gerettet, wir haben Performance SEO gemacht, um noch mehr Umsatz zu bringen. Plus wir haben Swissbuhr in die Zeitung gebracht, um die Bekanntheit zu steigern und Backlinks aufzubauen. Was haben wir erreicht? Wir haben den Traffic um 553% gesteigert. Wir haben den Umsatzverlust durch den missglückten Relaunch, für den wir übrigens nichts konnten, innerhalb von ein paar Wochen ausgeglichen. Plus wir haben 206% mehr Klicks generiert im Vergleich zu ihren Bestseiten. Wir haben jetzt einfach mal viermal so viel Traffic wie vor dem gefehlten Relaunch. Sei also vorsichtig bei einem Relaunch, weil...